hallo und wir kommen zurück zu let's play final 1 ja ich bin wieder der hermann hermann und ich habe mir gedacht ich schmeiße den joshua einfach mal aus dem ersten stock und spiel das video alleine zu ende braten hier so lecker bratwürste mit meiner moni und rock das ganze ding hier jetzt fett so ich bin es los das finale fängt an okay das war auf jeden fall sehr gut und ich weiß gar nicht habe ich jetzt die tasten drückt ich glaube noch nicht deswegen mache ich das erstmal so jetzt habe ich die den schnellen ding geladen damit die zeit nicht total scheiße ist weil wir jetzt ja 20 wieder videos geguckt haben behinderte videos ein fahrstuhl wo der wohin fühlt fühlt hin fühlt der der fliegel ist aufgetauscht mit dabei dote nein zum hier essen habe viele mann falsch das gute ist dass wir wenn ich das jetzt richtig sehe weil wir ja michael kaufmann nicht gerettet haben gegen den einfacheren der beiden bosse kämpfen müssen gegen den ja gegen den engel sozusagen wenn du vorher deine komplette munition verballerst musst du gar nicht gegen ihn kämpfen ja das meine ich du könntest natürlich vor dem boss ein safe state machen den boss richtig zeigen und danach noch mal zeigen wie es wäre wenn du keine munition gehabt hättest du brauchst den schlüssel um den käfig zu öffnen um den schlüssel rauszuholen hier brauchen wir die zange hier brauchen wir die zange oder ne ich war das die zange hatte ich das nicht mit dem schraubendreher gemacht oder mit dem schraubendreher ich weiß es nicht so da ist die tür des alec ja das war die hinter der tür verschwindet wirklich hier irgendwo muss der antikitäten laden sein ja es ist nämlich jetzt so das ganze dass die welt ineinander sich immer mehr verdreht hat weswegen auch alles jetzt geremixt ist ja hier brauchen wir den zeitstein da können wir sonst nichts machen wir können aber noch ein bisschen was einsammeln wir hoffen natürlich dass wir das neue halbwegs schnell durchspielen werden wir auch schaffen wenn meine beiden kollegen mich hier unterstützen und ein bisschen mitlesen dass sie sehen okay jetzt hat er das eingesammelt jetzt muss er dahin dass ich nicht ja ich bin schon gerade ein bisschen am gucken wo du jetzt gerade bist aber ich bin jetzt momentan im antiquitäten laden und speicherst erstmal dafür muss ich auch erstmal den speicherblock irgendwie benutzen wenn das irgendwie funktioniert du hattest übrigens bei überschreiben nein angeklickt glaube ich oder oder lief das zu schnell oder ist eine krankenschwester und da ist noch eine krankenschwester und die tür ist verschlossen und hier steht auch außerdem findest du im laden verstreut verbandskästen und munition sowie einen schlüssel in der sanduhr ja ja aber da kann ich noch nicht da kann ich noch nicht ran da brauche ich erst den zeitstein für also ich gehe jetzt mal hier die treppe runter ich hoffe das ist richtig wieder auf dem zweiten gang zu zwei schwestern und betrittst die treppe nach unten ins untergeschoss klassenzimmer gegenüber der treppe kann man ein buch lesen im anderen zimmer operationsraum findet man eine zange und einen schraubenzieher mit diesen gegenständen geht es wieder ins erdgeschoss also wieder zurück richtig ja damit du den schlüssel daraus ziehen kannst und da ist ein schraubenzieher und ein dings und ein bums genau ding sie ne ich hier ding sie helft willst du das willst du das ding lesen was da im klassenzimmer ist oder er nicht so obwohl warte mal was was wo ist denn da ein buch ich habe gar keins gesehen das ist glaube ich an dem tisch da oder genau die nach hause die fall tot um mehr war da jetzt nicht ein schönes verstörendes bild an der wand gewesen keine zeit we have no time im raum rechts vom aufzug schaust du den wasserhahn an und verwendest den schraubenzieher ja okay die sachen wirst du jetzt sind wohl vermutlich bekommen das sieht aus als müsste er kacken nein du haust mich nicht mal rein latschen na komm tritt zu ich glaube sie ist tot ach du ahnst es nicht mit zwei schlägen ich liebe diese waffe ach du ahnst es nicht das ist voll die porno waffe so rechts neben dem aufzug das ist hier gewesen das war der falsche okay 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 jetzt hört man übrigens auch ein vogel daran flattern was wird sich jetzt so hier benutzen wir jetzt den die zange glaube ich ja also ich sag mal das andere ding würde keinen sinn ergeben oder der schraubenzieher da so ein schlüssel rausziehen er hätte es auch mit den fingern machen können mit den zählten fingen ist hr 1 rsd h auch hier das war der schlüssel von u4 nö ob wir nicht so das war fahrlich dass es müsste auch hier sein da ist kein zeichen an der tür ja und damit kannst du jetzt gleich halt da den ding zu öffnen und dann landest du das ist so viel das muss jetzt der zweite flügel sein so was gibt's hier hier gibt's soll ich da schon rein ich kenne den code nämlich äh ja fast wenn du den code kennst dann mach halt und was ist der code alarm alert genau l e r und t so jetzt bitte schnauze halten katsi beziehungsweise jetzt äh darf doch jedenfalls beziehungsweise ja er kommt aufm rückweg ah das ist super oh zoll 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 er Bourne zoll 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 Harry. Lisa, was ist das Problem mit dir? Ich verstehe jetzt. Warum bin ich noch immer wieder alive, obwohl jeder andere ist tot. Ich bin nicht die einzige, die immer wieder umgekehrt ist. Ich bin das gleiche als sie. Ich habe nur noch nie gesehen, dass ich es vorher noch nie gesehen habe. Lisa. Bleib bei mir, Harry. Bitte. Bitte. Ich bin so Angst. Hilf mir. Geh mir von ihnen. Bitte. Harry. Untertitelung. BR 2018 Lisa. Wie er sich jetzt vor die Tür gestellt hat. So richtig klischee-mäßig. Oh, creepy. Jetzt gehen wir wieder rein und finden Lisas Tagebuch. Ich fand das ganz schön creepy. Also ich wäre da nicht nochmal reingegangen. Ich habe den Doktor gefragt, dass er mir die Verantwortung für den Patienten entzieht. Das ist einfach zu merkwürdig. Immer noch am Leben, aber mit Wunden, die nicht heilen wollen. Ich habe dem Doktor gesagt, dass ich aufhöre. Ich werde hier nicht mehr arbeiten in diesem Krankenhaus. Das Zimmer ist voll mit Insekten. Selbst wenn die Türen und Fenster geschlossen sind, kommen sie irgendwie hier rein ins Krankenhaus. Ich fühle mich schlecht. Ich muss mich übergeben. Aber nichts kommt raus. Erbreche nur Galle. Blut und Eiter fließen aus den Wasserhänden im Badezimmer. Ich habe versucht, es zu stoppen. Aber es lässt sich nicht abstellen. Ich brauche Drogen. Helft mir. Jeden Tag Drogen. Das ist eben die Scheiße, wenn man an so einem Ort wie Silent Hill gefangen ist. Dann kommt das schon mal vor. So, okay. Alles klar. Hier gibt es den Zeitstein. Wie man den kriegt, weiß ich. Wir müssen einfach nur die Gliedmaßen zählen. Das ist relativ simpel. Hell yeah. Also, beziehungsweise die Extremitäten. Richtig. Richtig. Stimmt. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen uns den Zeitstein. Das bedeutet natürlich, dass wir wieder zurück müssen. Also, bis dahin habe ich es noch relativ gut alles im Kopf. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind jetzt wieder neue Ärzte. So, jetzt sind wir wieder hier. Musik wird bedrohlicher. Langsam, aber sicher. Äh... W-w-w-w-w. Nope. Das war die falsche Tür. Das war die Tür neben dem Aufzug. Einmal wieder ein. An's Ende und in diese Tür reingehen. In die Rechte von dem Aufzug. What the fuck? Das war doch die falsche Tür. Was zur Hölle? Okay, ich glaube, ich verzieh mich hier besser. Warum verwechselt ich immer die Türen? Ich weiß es nicht. Alzheimer. Vielleicht. Geht schon los mit der Demenz, ne? Äh... Sollte hier nicht normalerweise der Antipatheten-Laden sein? Auf der anderen Seite. Ja, da war ich doch gerade drin, du Vogel. Dann... Da. Wow, überhaupt nicht unübersichtlich. Naja, das Nowhere ist auch... Ja, deswegen... Würde es dir auch helfen, wenn einer von euch die Karte aufmacht. Oder die Karten. Und mir dann sagt, okay, da bist du falsch. Du musst da in deinen Raum. Ähm... Dann mache ich mal die Karte auf, ne? Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage, Untergeschoss, O4-Flügel. Ich finde die Karten gar nicht, aber gut. Ich hab, ich hab die Karten schon. Ich glaube, ich will sie auch sehen. Ich weiß noch nicht, wo sie sind. Wo ist denn die Tür des Haggis, Pascal? Wenn du runterscrollst. Ah, da. Die Tür des Haggis, ja, Moment, das lädt gerade noch. Das ist Erdgeschoss, ne? Ja. Ein Augenblick. Das ist E4-Flügel. Erdgeschoss. So wüsste dann... Oh, konnte nicht geladen werden, die Karte. Das ist natürlich auch sehr gut. So, ich bin jetzt bei einem Aufzug. Äh, da, 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 Vogelkäfer. Blame das Merkur. Die Kamera Haggis. Du sperrst die Tür rechts im Gang raus. Ich führ zu einem Fahrstuhl. Mit diesem fährst du in die erste Etage. Bin ich doch. Öffne die Flügeltür und erwehre dich der... Na, 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 na. Wahrscheinlich meinst du die zweite Etage. Nein, hier steht erste Etage. Ja, ersten war ich aber gerade, aber egal. Ja, dann ist es die zweite Etage. Also 2-F halt, wie die Amis das rechnen. Ja, richtig. Genau, betrete die dritte Tür links und du landest im Juwelierladen. In dem kannst du folgendes finden. Jakobel-Munition, Emblem des Merkurs und Vertragsregen. Okay. Und jetzt liest Tim weiter. Dann warte ich jetzt eben ab, bis die Krankenschwester hierhin kommt. Damit ich hier eine Behandlung geben kann. Ich bin gerade noch was am gucken, deswegen kann ich gar nicht weiterlesen. Ach, ach, ach. Wo warst du strengen geblieben mitlesen? Flügeltür im Gang dahinter musst du gleich drei... Jakobel-Munition, Emblem des Merkurs und Vertragsregen. Also das ist... Ah, genau. Jetzt gehst du zurück in den Gang und durch die nächste Flügeltür im Gang dahinter musst du gleich drei Schwestern erledigen. Das war jetzt doof, dass du das erwähnt hast. Ich habe nämlich extra dir gesagt, weil ich die Schwestern übersprungen habe. Ach so, tut mir leid. Die nächste Flügeltür? Ja. Genau. Und da musst du dann irgendwo in einem Büro landen. Genau. Und in dem Büro kannst du die Kamera und Munition finden. Genau. Letzte Tür links. Schraubenstier verwenden dann an der Platte. Ja, ich werde immer... Stimmt, der Vertragsring, der wird ja noch wichtig. Prüf alle Türen einfach. Weil... Dann hat der keinen... Dingstens. Na ja, hier sind keine Schwestern. Ah, sie hat dich angelutscht. Und du hast ein ekliges Grosch. Und da fällt dir auf. Klack, klack. Zwei Schläge. Tot. Lustig. Und da ist die Tür, wo du rein musst. Da brauchst du den Schraubenzieher. Yep. Ach ja. Und klack. Strom. Genau. Schlüssel leuchten ja auch, wenn man sie unter Strom setzt, ne? Ja, natürlich. Wusstest du das nicht? Nee. War mir bis jetzt noch unbekannt. Echt? Ja. Musst du mal aufpassen? Und dann? Schlüssel sind ja noch zu bekommen. Du musst die Strom zuvor abschalten. Betrete jetzt den ersten Raum links im Gang. Und du landest im Erdgeschoss neben dem Antiquitätenladen. Entschuldigung. Verwende jetzt den Hageschlüssel rechts am Ende des Gangs und fahre mit dem Aufzug in die zweite, äh, ah ne, doch, in die zweite Etage, also 3F. Das ist dann mit dem Fahrstuhl in die zweite Etage fahren. Genau, also 3F. Elevator doesn't work in. Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin. So ging's mir auch. Du musst ins Erdgeschoss wieder. Das war ja auch der falsche, äh, Elevator, glaub ich. Jetzt bin ich beim Antiquitätenladen. Geh mal raus. Und geh den Gang rechts. Da lang. Da muss ein Elevator sein. Irgendwo. Nope. Hier ist ein weiterer Gang. Äh, warte mal. Also, äh, Raum links. Du musst ja auch den Hageschlüssel verwenden. Rechts am Ende des Ganges. Habe ich schon, Mann. Ich bin jetzt wieder im Klassenzimmer. Ich kann Ihnen nur sagen, was hier steht. Du tritt jetzt den ersten Raum links in den Gang und du landest im Erdgeschoss neben dem Antiquitätenladen. Verwende den Hageschlüssel rechts am Ende des Ganges und fahr mit dem Aufzug in die zweite Etage. So, das ist alles, was ich dir sagen kann. Ming-Jong. Nehmen wir doch den aufzug. Zweitetage oder dritte Etage? Ja, 3F halt, ne? Danke. Dann komm ich besser klar. So, links vom Altar siehst du ein Gemälde. Ja, das kennst du ja schon, ne? Ja. Das Gemälde-Rätsel, ne? Ja, ja, aber ich hab keine Kamera. Äh. Im Büro kannst du übrigens eine Kamera und Munition finden. Was für ein Büro? Ich war in keinem Büro. Pass auf, die Flügeltür, ne? Wo du die drei Schwestern erledigt hast. Also im Gang dahinter musst du gleich drei Schwestern erledigen, steht hier. Und dann im Büro kannst du übrigens eine Kamera und Munition finden. Das heißt, das Büro war dann wohl direkt da... Angeschlossen. Angeschlossen. Tja, wir haben wohl nichts anderes im Büro. Äh, im Juwelier... Als alle Türen müssen wir mal zurückprüfen. Juwelierladen. Oh, gerade ruckelt es irgendwie nicht. Juwelierladen bin ich. Genau, und dahinter muss irgendwo ne Tür sein. Ganz hinten im Laden. Da. Nope, zu. Nope, it's just Chuck Dester. Hier gibt es nur eine Tür. So, warte mal. Also, Juwelierladen, warte mal. Du hast die Karten, die auf den Säden. In den Gang und durch die nächste Flügeltür. Im Gang dahinter musst du gleich drei Schwestern erledigen. Also durch die nächste Flügeltür, die sich da bietet. Die. Das ist die zum Fahrstuhl. Das war dann die falsche. Okay. Dann ist das... Muss es die auf der anderen Seite sein. Ja, und jetzt bin ich in der... Genau, in dem Gang. Genau, äh... Welches Zimmer ist es? Im Büro, Kamera... Ja, super. Keine Ahnung, steht hier nicht. Ich bin gerade ne Map am Suchen. Hab ich schon. Von Nowhere. Ja, merke mich, dass die Karten bei euch da nicht funktionieren, die auf der Seite angezeigt werden. Und da ist die Kamera. Da ist doch die Kamera. So, also fahren wir jetzt in den dritten Flur. Sprich, zweite Etage. Fotografiere das Bild, bla bla bla. Jetzt löste das Rätsel bei den Gemälden. Rechnung, Gemälde erneut eingeben. Im Raum dahinter findet man ein Tonikum und eine wichtige Notiz. Jetzt geht es ins Erdgeschoss. Jetzt bin ich im Vogelkäfig. Und somit erhält man den Schlüssel des Fahrleck. Ja, viel ist es nicht mehr. Das ist nicht mehr viel. Genau das. So, wo ist er denn gerade? Dritter Stockwerk. Bilderrätsel. Knipse, die Knips, Knips. Dreieck, Dreieck links, Dreieck rechts. Oh Mann. Kann sich das andere mal merken? Ich kenne ja mein Kurzeitgedächtnis. Dreieck links oben, Pfeil unten rechts, Pfeil unten links. Also, Dreieck mit Spitze oben links. Genau, jetzt machst du, ähm, das Dreieck unten rechts. Nein, nein, machst du die wohl weg. Genau in die andere Richtung. Genau. Nein, die weg. Nur die unteren. Also die rechts und die unteren. Genau, und die oberen beiden wieder weg. Und jetzt den Pfeil nach unten links zeigen lassen. Ding, ding, ding. Sie haben gewonnen. Sie haben Post. What? Sie haben Post. What? Sie haben Post. Okay. Es ist zu dunkel, ich kann den Kameraauslöser nicht finden. Also, Dreieck unten, alles klar. Kann man sich merken eigentlich, ne? In welchem Raum ist er denn gerade eigentlich? Da, wo das Bilderrätsel ist, was man da fotografieren muss. Ich hab schon wieder vergessen, wie das Dreieck aussehen muss. Ich glaub, nach unten links gerichtet. Ach stimmt, da ist ja Aufzug und dann links ne Tür, rechts ne Tür, ne? Genau das. Dann weiß ich jetzt, in welchem... Welche Tür soll ich nochmal nehmen? Ich nehm nochmal die als erstes. Ja, nimm mal die linke. Das sind eh nur zwei kleine Räume. Ah, wunderbar. Hier können wir irgendwas aufheben. Tonicum. Birdcage. Key. Jawohl. Ja, und im anderen gibt's nen Tonicum, glaub ich, oder? Gibt's da nicht den Kassettenrekorder? Wo steht der eigentlich nochmal? Stimmt, man kann sich ja irgendwo das Videoband noch angucken. Ja, das wollte ich eigentlich gemacht haben. Hier ist aber aus einem Tonicum nischt. Doch, hier liegt noch was auf dem Boden. Eine wichtige Notiz. Naja, wenn er sie mal lesen würde. Der Pedo. Naja, will er nicht. Na egal. Am Arsch. So, jetzt geht's ins Erdgeschoss. Da holst du dann... Ach ja, warte mal. Kaufmann nicht gerettet, das ist dann der Incubator. So heißt der. Ja. Also jetzt fährt er zum Basement, ne? Genau. Er hat geschoss. Und dann dort in die... Welche Tür? Eine von denen war mit Krankenschwestern. Welche war die mit Krankenschwestern? Ich weiß es nicht mehr. Ich versuch jetzt... Achso, ich muss erstmal sowieso in den Gang. Du sitzt rechts und du siehst den Kühlschrank. In dem lauert ein Monster. Wenn du eine Sterbesequenz sehen möchtest, untersuch den Kühlschrank und nehme den Deutsch des Merkwamit. Falsch, 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 falsch. Wo bin ich denn hier gerade? Ich glaub, ich bin im falschen Gang. Also ne, ich bin im richtigen Gang, aber falsche Tür. Wo war denn jetzt nochmal die Krankenschwester? Und ich wette, ich bin jetzt wieder bei ihm. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich nehme ich den falschen Gang. 50-50 Chance, ich nehme die falsche Tür. Immer. Immer, immer, immer. Das Schlimme ist, in dem Gang, in dem du gerade bist, sind halt extrem viele Türen. Ja. So. Danach würde ich aber einmal speichern und vielleicht... Ja, doch. Fahrleck. Das heißt, Fahrleck folgen. Genau. Dann ist bestimmt irgendwann im Keller. Äh, warte mal. Tim? Ja. Guckst du gerade in der Karte, oder guckst du? Ähm, so, Kühlschreiber, betrete die erste Tür rechts. Jetzt bleiben die mich auch noch an. Scheiße. Erste Tür rechts. Du bist in der Küche. Ja. Da muss er ja den Ring verwenden. Ja, genau. Und wenn er nicht abkratzen will, dann verwendet er den Ring auch. Klack. Der Vertragsring. So, und jetzt kann er den Dolch einfach nehmen. Genau, so, geh wieder... Äh, warte mal. Warte mal, Kühlschrank ist immer noch am Schrank eingeschossen. Betrete nun den mittleren Raum auf der gegenüberliegenden Seite des Flurus und nimm nach der Sequenz das Ankh mit dir. Ja. Genau. So, die mittlere Tür. Äh, warte mal. Was mal muss ich jetzt hier irgendwie... Kann man die angreifen überhaupt? Ich glaube nicht. Da kann man sogar. Ach, man kann Schatten angreifen. Lustig. So, das wird dann... Da, genau. Die Tür. Genau diese wird sein. Sag du einfach, wo er hin muss und ich leite ihn dann dahin, weil ich sehe ja die Karten. Ah, natürlich. Da ist das Ankh. Und holy shit, sie ist weg. Wir haben es fast geschafft. Fehlt doch nur noch ein Zeichen, oder? Genau. Der Ring des O-Bus oder so. Jetzt geht es gleich in die gegenüberliegende Tür. Hier findest du zuerst Munition, wo du in den Ton gekommen bist, sowie eine Tüte mit Geleeboden, die du öffnest und dann den Schlüssel des B-Tor finden kannst. Yeah, das ist ja sogar direkt die Tür in diesem Gang. Ja, im Nebenzimmer kann das Videobahn vom Krankenhaus vollständig mit Bild und Ton angeschaut werden. Sehr gut. Dann sind wir ja genau richtig. Gut in der Zeit. Nothing helpful. Yeah, Jelly Bellies. Die mag er doch. Nur weil er so gierig ist, zerreißt er... Hier, Jelly Bellies, sag ich doch. Oder Jelly Beans. Deswegen zerreißt er es komplett, weil er so gierig ist. Also überhaupt noch mal haben. Oh, ich hab wieder einen Bock drauf. Oh. Oh. Oh, und da ist der Schuss im Bild. Ja. Nebenzimmer? Genau. Video. Genau, und jetzt halten wir alle mal die Klappe. Und währenddessen das Videobahn läuft, geh ich mal schnell wohin. Mach das und ich darf mich mal heilen kurz einmal. Kleine Heilung hinzuschmeißen. Ja, ein Heildring. Ja, aber 22, 12 und 3, das... Pfff. Der entgegner ist eh leicht. Ja. Der ist auf jeden Fall nicht so schwer wie der andere. So. Ich müde mich mal in der Zeit und wir gucken einfach mal jetzt alle, was hier passiert. Was ist es? Still hat ein unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. I promise. So please. Das war das. Pascal scheint immer noch nicht wieder da zu sein. Ne, wir suchen die Tür des B-Tor. Die Tür des B-Tor soll ich dich hinleiten? Müsste direkt neben uns sein, glaube ich. Müsste diese Tür sein. Yeah, Strom ausschalten. Sehr gut. Genau, der Generatorraum. So, jetzt weißt du, wohin, ne? Keine Ahnung. Wieder raus hier? Oder gibt's hier noch was? Da gibt's eigentlich nichts mehr, ne. Boah, hier steht auch noch mal Kids Room und wo's dann zum Boss geht und sowas auf dem Karten. Habt ihr kleinen Stinkis schon weitergemacht? Achso, hier ist, hier ist, hier brauchen wir den letzten Schlüssel. Und das dürfte der sein, der in dem Vogelkäfig drin ist. Der Vogelkäfig war erst, äh, im Erdgeschoss, ne? Genau. Also First Floor. Ja, sind wir ja jetzt schon. Ja, dann. Schnapp ihn dir, Teaser! Äh, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, den Schlüssel hatten wir doch schon. Da liegen übrigens noch Patronen, die ich beim ersten Mal übersehen habe. Also, gar nicht schlecht, dass wir hier nochmal reingegangen sind. Auch wenn wir die Patronen gar nicht mehr brauchen. Aber warte mal. Äh, wo muss ich denn jetzt hin? Ich hab jetzt hier... Betreten wir das Kinderzimmer, das ich auf der Gegend war. Ja, hier, Spanien, das ist ein... Ich hatte jetzt... Schlüssel ist Araton. Ja, nee, nicht Schlüssel, das ist Araton, Schlüssel, das ist Beto. Ich hab jetzt den Strom ausgeschaltet. Jetzt muss ich den Schlüssel wiederfinden mit dem, wo der an der Metallplatte war. In den ersten Stock und in die Leichenhalle. Schlüssel ist Aratron. Äh, Leichenhalle ist wo? Zweiter. Pass auf deinem Weg auf Lavalstalker auf. Nope, hier ist keine Leichenhalle. Hier steht, äh, Graffiti-Zimmer. Da der Strom nun aus ist, musst du die Treppe nehmen und von hier aus in den ersten Stock laufen und in die Leichenhalle, in der du jetzt den Schlüssel des Araton findest, sollte eigentlich noch sein. Äh, lass mich raten, äh, erster Stock ist, äh... Ist 2F. Ja. Ist klar, dass ich dann das nicht finde. Die Krankenschwestern sind weg. Äh, ja, aber wo ist die Treppe? Äh, da. Das ist die Treppe, die nach unten führt. Ist das richtig? Ja, dann, äh, nimm doch den Fahrstuhl einfach. Ja, geht ja nicht, der Strom ist doch aus. Ah, ja, stimmt, ja. Wartenzimmer. Äh, warte mal. Auf dem Gang gehst du nun zur Betortür, neben dem Graffiti-Zimmer und schließt den Generator aus. Da nun der Strom aus ist, musst du die Treppe nehmen und von hier aus in den ersten Stock laufen und in die Leichenhalle. Ja. Hm. Ja, irgendwie ist das alles ziemlich verwurrend. Ja, das Nowhere ist eins der schlimmsten Kapitel. Wenn nicht das schlimmste. Soll es ja vermutlich auch sein. Ja, nur... Ich verliere so langsam die Orientierung. Hier ist wieder die Haggith-Tür. Oh. Oh, wenn ich die Karten selber vor mir hätte, wüsste ich, wo ich lang gehen muss. Tja. Aber ihr kriegt's ja auch nicht geschissen bei den Karten. Nee. Also, wo musst du jetzt hin? Ich muss dahin, wo der unter Strom gesetzte Schlüssel war. Zweiter Stock. Also 2F Leichenhalle. Ja, 2F. Leichenhalle. Ja, komme ich dahin zur 2F über irgendeine Treppe, über irgendeine ominöse Treppe, die ich noch nicht gefunden habe. So sieht's aus. Die muss aber da neben dem Graffiti-Zimmer sein. Daneben. Daneben. Das kann ja dann nur diese Tür sein. Diese Tür. Also hier ist aber nur das Kinderzimmer. Ja, dann auf der anderen Seite. Da ist ja die Tür, wo ich den Arathonschlüssel brauche. Ich mein, auf der anderen Seite, auf der, äh, auf der Seite, wo das Graffiti, also jetzt die Tür rechts. Hier bin ich. Falsch. Boah, ich brauche diese Karte, Mann. Warte mal. Geh mal, äh, nicht jetzt auf die Gegend, also jetzt links und dann auf die gegenüberliegende Seite. Genau. Und jetzt die Tür da ganz am Ende. Ist das die vielleicht? Nope, hier ist der Generator. Hm. Ach, Moment, 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 Generator hast du gesagt, ne? Ja, Generator, immer noch. Okay, ähm, ich weiß halt nur nicht, in welchen Raum du jetzt hin musst, aber du kannst von da aus ja jetzt in den First Floor kommen, ne? Eigentlich, wenn du jetzt nach rechts gehst. Ja, kann ich, ich muss aber zur Leichenhalle oder was auch immer. Er muss in den Second Floor. Ja, aber vielleicht muss er erstmal in den First Floor. Nein, steht ja hier nichts. Also, hier steht, äh, du ziehst an der Tür und speicherst deinen Spielstand. Auf dem Gang gehst du zur B-Tor-Tür, neben dem Graffiti-Zimmer und schaltest den Generator aus. Dann, wenn der Strom aus ist, musst du die Treppe nehmen und von hier aus in den ersten Stock laufen und in die Leichenhalle. Ich gucke jetzt selber nach, welche Treppe. In der du jetzt den Schlüssel des Aratron findest. Ja, das ist ziemlich kompliziert. Verbinden, verbinden, aber es öffnet sich nichts. Richtig, genau, das ist das Problem. Och, Mensch! Äh, Moment. Ansonsten... Hier irgendwo muss die Leichenhalle sein. Die sind nämlich auch in Lava-Store. Ja, dann musst du halt mal die Türen durchgucken. In die Birne. Ah, ansonsten altes Silent Hill-Money, ne? Jede Tür gucken. Na, egal. Ah, das sieht so bekannt aus. Warum? Nachdem du aus dem Generatorraum rauskommst. Tada! Wir haben's schon. So. Der Schlüssel des Aratron. Pass auf den Weg auf die Lava-Store auf. Wir sind sehr gefährlich und tödlich. Jetzt geht es zurück in den Fahrleckflügel. Und zur Aratron-Tür. Können wir auch gleich aufschließt. Hier wirst du erst eine Sequenz sehen. Bevor du die Oroboru... Oroboru-Scheibe neben Alessas Krieg neben kannst. Bissendurch. Ich weiß wieder. Falsche Tür. Nichts falsche Tür. Bissendurch. Bissendurch. Aber es ist nicht fertig. Soll ist die Oroboru-Scheibe. Das ist warum der Seed liegt in der Ecke, und was so bleibt, ist die Oroboru-Scheibe produziert. Ich bin. Das ist immer wieder in der Ecke. Ja. Das war nicht unser Verhältnis. Nein, nein, diese sind nur Taktik. Wenn wir die Hand haben, werden wir die Kraft bekommen. Keine Angst, die Verpflichtung wird nicht gebrochen. Aber die Kraft, die wir jetzt können, wird sehr leid. fast nichts. Unless wir die anderen Hälfte. Wir werden einen magischen Spell benutzen. Die fühlen sich dieses Kindes Schmerz. Es ist sicher, dass es kommt. Aber das wird Zeit nehmen. Natürlich mit diesem nervigen Gebiet. Was eigentlich gar nicht so schwer ist, wenn man sich ein bisschen mal die Wege merken könnte, ne? Ja, speichern, ne? Now shaving. Dann setz mal an die Kacke. Nummer eins, ne Tasse. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Äh, der Incubator. Ja. Ja, 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 ja. Ist schon klar, dass es noch abgeschlossen ist. Nein. 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 Ja, ich möchte euch wie jetzt. Ich möchte auf das Stück. Ich möchte nur, dass du mir ein bisschen Ettlich verlegen kannst. Das ist alles. Nein. Nein, ich will es nicht machen. Es wird alle glückliches, und auch für deine eigenen Worte. Oh, aber Mama, ich will nur mit dir sein. Nur zwei von uns, bitte verstehen Sie. Oh, ja, ich verstehe. Vielleicht Mama hat es falsch gemacht. Mama! Warum habe ich das nicht gesehen? Es gibt keine Grunde, um zu warten. Hierin liegt die Mutter's Womb, mit dem Macht zu kreieren Leben. Ich könnte es alles selbst haben. Mama? Geht so eine weitere Umschweife. Hinunter, ein letztes Mal. Hell yeah! Und dann haben wir es gleich geschafft! Und bitte, shut the fuck now up! Ich war schockiert, zu verstehen, dass das Talisman von Metrotron zu verwendet wurde. Beide der verletzten Seele zurückgekehrten Flasen. Nur ein bisschen länger, und alles wäre für nicht gewesen. Es ist alles wegen diesem Mann. Wir müssen ihn dankbar sein. Auch wenn Alessa wurde verletzt, seine kleine Mädchen muss gehen. Was für ein Schmerz. Ha 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 ha! Freize! Was in dem Mann? Was in dem Mann? Ah! Dahlia! Well, well, well. Du denkst, dass du es so weit hast. Wo ist Cheryl? Was hast du damit gemacht? Du sie oft gesehen hast? Du hast sie oft gesehen, und sie zurückgekehrt zu ihrer Vergangenheit. Ich bin kein Schmerz für ein Schmerz. Ich bin kein Schmerz. Du siehst? Du siehst? Sie ist genau da. Das ist absurd. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Du siehst. Warum? Warum machst du das? Nur. Du siehst. Du siehst du siehst. Du siehst sie, Es ist ein Traum in ein Endes Nachtmär, von dem man sie nie wunderschön. Er hat sich getötet von diesem Nachtmär, wunderschön für den Tag zu sein. Dieser Tag hat endlich gekommen. Der Zeit ist nühe. Jeder wird von der Schmerz und der Schmerz. Unsere Schmerz ist in der Hand. Dies ist der Tag der Reckung, wenn alle unsere Sorge werden, wenn wir zurückkommen zum wahrsten Paradies. Meine Frau wird die Mutter von Gott sein. Das ist eine Ermittlung. Sie sind die Ermittlung! Sie sind die Ermittlung! Da schrifft! Sie sind die Ermittlung! Alles klar. Brutzel, brutzel. Oh, Mother of God. Das sollte jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Ähm, das ist der letzte Endboss? Jupp. Diese leuchtende Frau? Jupp. Normalerweise kommt da so ein Teufelsviech raus, aber... ...da ich ja kaum mal nicht gerettet habe. Harry tut sich ein bisschen schwer mit dem Treffen. Und nachladen. Bist. Ja, man sollte sich nach einem Treffer auf jeden Fall heilen. Klick, 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 klick. Hm, wir sind sogar noch recht gut mit der... Ja. Wir haben Heilung gebraucht. Das war's. Ja. Wow, der war ja wirklich, äh, boah. Schwer, ne? Ja. Ja, dann spiel das Spiel mal auch schwer. Ja, auch schwer, äh... Daddy. Cheryl. Ja. Danke, Daddy. Tschüss. Tschüss. Schwer? Schwer! Scheryl! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Shut up, Pre... Ja, zu dem Spiel braucht man glaube ich nicht mehr viel sagen, ne? Ja, zu dem Spiel braucht man glaube ich nicht mehr viel sagen, ne? Oh, der kommt da nicht mit. Nee. Ah, herrlich. Nee, wie gesagt, man braucht glaube ich nicht großartig was sagen, ne? zum Spiel selber. Das erklärt sich, glaube ich, alles von selber. Das war halt im Prinzip nicht das Ende, woraufhin der dritte Teil folgt, denn da hätten wir das gute Ende kriegen müssen. Also das beste Ende. Das, was ich hab. Wenn er mit dem Baby überlebt. Richtig. Genichiro Imaizumi. Geh, er, Yamaoka, yeah! Also, die jetzt was dagegen hatten, dass Tim und ich geholfen haben, uns doch egal. Richtig, und mir auch. Wem es nicht passt, der muss es halt nicht gucken. Ja, was heißt geholfen? So viel geholfen haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben halt durch die Komplettlösung auf den richtigen Weg gebracht, sozusagen. Stimmt. Ja. Wie gesagt, wem das nicht passt oder der das Gequatsche nicht abkann, guckt was anderes. So sieht's aus. Ja, ob ich bei Silent Hill 3 nochmal dabei bin, äh, das, äh... Das ist fraglich. Das ist fraglich. Ich weiß es nicht, mal gucken, ne. Je nachdem. Wir können sehen. Also ich danke euch beiden auf jeden Fall, dass ihr, äh, als Gast, Kommentatoren und, äh, ja, Helfer, Helferlein, äh, mitgemacht habt. Immer wieder gerne. Ja, kann ich so bestätigen. Und das wäre es etwas schwer gewesen. Denn, äh, ja, gerade in das Nowhere, wie gesagt, man muss sich nur einmal richtig verlaufen und verlierst einfach komplett die Orientierung. Ich hätt's auch nicht geschafft, ohne. Na? Ja, bei Silent Hill, wie gesagt, äh, Silent Hill an sich ist ja gar nicht so schwer, weil so groß sind die Maps ja gar nicht. Wenn du einfach immer alle Türen abläufst, dann weißt du auch irgendwann einfach, wo du hin musst, weil du dann keine anderen Möglichkeiten mehr hast. Aber wenn du's wirklich als allererstes zum ersten Mal alleine spielst... Dann, äh, Halki! Halki! Genau, nee, aber es hat Spaß gemacht. Das nicht selber... Ich hatte, ne, schade, dass wir keinen Ton hatten, aber ich weiß ja, was da kommt und, äh, wo man sich in die Hosen scheißen kann. Ja, und ich kann's mir auch noch mal angucken, aber das Spiel war echt kurz. Ja, das ist auch sehr kurz, aber trotz... Ja, am Anfang am... Ja, klar, das ist kurz, wenn du, äh, alles halbwegs weißt. Äh, wenn du es nicht weißt, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Shut up. Du wirst irgendwann in The Walking Dead mit spiel. Pfft. Bitch slap. Hatsch! 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 Die sieht echt gruselig aus. Häh, die leg ich auch noch flach. Der sieht aus wie der G-Man, so ein bisschen. Ja, stell dir mal 30 Jahre älter vor. Aber lustig, dass die Schauspielerin in The Walking Dead mitspielt. Pfft. Na ja, aus dem ersten Film, ja? Ja, ja, klar. Da ist die G-Manfest. Tja, Cheryl, ne? Nee, nicht ganz. Möpste! Möpste! Die ist echt creepy, die alte. Ja, und ziemlich alt. Ja, der erste Film ist auch um Welten besser als der zweite. Ich glaube, jeder sieht das inzwischen so. Du kannst den ersten und den zweiten Film gar nicht miteinander vergleichen. Nee, kann man auch nicht. Also, die Atmosphäre, die kommt im ersten, gerade die erste Stunde des ersten Films. Die Atmosphäre ist einfach haargenau so. Boah. Die Kameraperspektiven, als das erste Mal die Sirenen auffallen. Das ist einfach... Man fühlt sich richtig unwohl, so ein bisschen. So beklemmt. So, also wir haben das schlechte Ende Plus bekommen, sozusagen. Also nicht das ganz beschissene Ende. Wir haben fast genauso lange gebraucht wie beim letzten Mal. Ich glaube, sogar noch ein bisschen länger, wenn ich das so richtig sehe. Ah, Kettensäge, Benzin und den Akkuschrauber gibt es beim nächsten Mal. Genau. Das könnte man nicht sehen. Ja, wenn du beim zweiten Mal durchspielen das UFO-Ende schaffst, äh, und dann kriegst du im dritten Durchspielen diese Laserpistole. Mhm, ich weiß. Null Continues, dreieinhalb Stunden knapp. Running Distance. Okay, ich bin ein bisschen länger gerade. Bei mir waren es 15, noch was Kilometer. Mhm. Ja, aber das sieht doch wahnsinnig ganz gut aus. Ja, geht so. Is it okay to save? I don't know. Machen wir das dann nochmal. Next Fear. Ja. Ja. Gut, wir sind am Ende eines, äh, ja. Besten Spiels angekommen, was ich jemals gespielt habe. Ja, es ist einfach so. Es ist, äh, von der Atmosphäre, man muss es, beim Zugucken ist das immer ein bisschen schwierig. Aber man muss es einfach selber mal über sich ergehen lassen. Äh, und ich sage euch, die Atmosphäre wird euch kriegen. Das ist der unangefochtene Genre-König. Kannst du mir sagen, was du willst? Ja. Damit hat alles angefangen. Und ich finde auch, vom Gruselfaktor kannst du Silent Hill mit Resident Evil nicht mal ansatzweise vergleichen. Es wirkt einfach ganz anders. Resident Evil will auch was ganz anderes sein. Ja. Ich glaube aber trotzdem, im ersten Resident Evil Spiel, wenn der Zombie da den Kopf das erste Mal dreht, Halleluja. Naja. Fand ich damals als Kind schon ziemlich gruselig. Also ich muss sagen, ich dachte immer, der hat zu viel Uschi-Glas-Creme verwendet, ja. Also ich kann nur sagen, ich fand das Intro von Resident Evil mit diesen echten, äh, mit diesen echten Schauspielern viel gruseliger. Ja. Ja. Das ist so schreckt. Also das ist das Einzige, was mich wirklich abschreckt bei Resident Evil. Wapso. Genau. Jill Valentine. Albert Wesker. And Barry Burton. Ja, genau. Der dämlichste Charakter überhaupt. Gott sei Dank. Ja. Just a moment. Gucken wir gerade das Intro. Ja, sozusagen. Ja, willst du dich nicht langsam mal verabschieden? Ja. 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 Das Video geht, glaube ich, schon lange genug. Können wir machen. Nach dem Intro hier. Ich danke Al für's Zusehen. Äh, da ist Sybill und sie hat fast genau den selben Helm, den sie auch im Film hat und so. Und das Polizeimotorrad könnte sogar identisch sein. Da sehen sie ein sehr hässliches, gruseliges Kind mit schwarzen Augen. Äh, ja. What the fuck? Und da ist ein Motorrad. Ja. Warum wohl, ne? Und diese Szene kam im Spiel nie wirklich vor, aber naja. Und diese Szene eigentlich auch nicht. Naja. Naja. Das ist der Ort, wo Cheryl gefangen halt wurde. Denn, äh, das Nowhere bringt uns auch in diese, äh, Villa. Quasi. Richtig. So, gut. Ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal, vielleicht schon morgen, bei Let's Replay Silent Hill 3. Entweder nur mit, äh, Pascal oder auch mit Tim und Pascal als Gäste. Das wird man sehen, je nachdem, wie Tim Zeit hat, wie, wie, wie ich Bock habe und, äh. Ich bin auf jeden Fall dabei. Gut. Tschüss, Tim. Äh, genau. Nee, äh, hier. Tschüss. Ciao. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. So. Jetzt reicht's aber, ne? Ja. Jetzt aber raus hier. Jetzt aber raus hier. Hallo. Und tschüss. Hallo. Kuckuckuck. Kuckuckuck. Kuckuckuck.